Hallo und gestern zurück zu A-Train 9. Letzte Folge in dieser Season, das heißt eine Pause steht an und die dauert unter Umständen ein bisschen länger. Ein paar andere Projekte, denen ich jetzt mal den Vorzug geben möchte und A-Train 9 Interesse hat auch ein bisschen nachgelassen, von dem eine Pause glaube ich ganz angebracht. Allerdings in der Folge müssen wir noch einiges erledigen. Ich hätte auch gerne den Jahresabschluss noch gesehen und natürlich das zu Ende gebracht, was wir letztes Mal angefangen haben, nämlich Zug Nummer 110 und 111 platzieren. Ich glaube das sollte mal kein Problem sein. Die haben wir ja, meine ich, richtig eingestellt schon. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach laufen lassen, sollte eigentlich alles problemlos klappen, hoffe ich. Und genauso die Nummer 2 und in Folge dann hoffentlich auch 3 können wir bzw. möchten wir noch machen. Jetzt lasse ich jetzt einfach nochmal einen Tag laufen, schaue ob alles klappt, aber es schaut eigentlich so aus. Wie gesagt, ich möchte sowieso bis zum Jahresabschluss kommen, damit wir auch wissen, ob unser Unternehmen profitabel ist. Ja, das schaut alles ganz gut aus. Dann platzieren wir mal die Nummer 2. Ich glaube, da stimmt auch alles, den verfolgen wir mal so. Na, nicht ganz, wir müssen uns am Schluss noch überholen lassen hier. Das war noch eine Änderung, die ich machen wollte. Das heißt, wenn der zurückfährt, das dürfte aber erst morgen sein, dann machen wir das mit dem Fahrplanassistenten. Dafür können wir auch schön vorspulen. Und was wir anpassen werden, ist einfach hier, nachdem wir das sowieso nicht halten, bleiben wir da auf der rechten Spur. Was heißt, wir können hier überholt werden von 110 und oder 111. Da ist er genau. Dafür werden wir hier auch links und Anführungszeichen bleiben. Eine Minute und dann bleiben wir auf der rechten Seite, weil es geht sich, glaube ich, oft aus, dass wir uns überholen lassen. Aber gerade in der Früh eben nicht. Hier ist er relativ spät dran und dann haben wir ja nochmal so einen Sonderfahrplan unter Anführungszeichen, wo der etwas früher oder später fährt. Und dann wird es auch vermutlich ein bisschen eng. Gut, schauen wir da mal mit. Aber ich glaube, hier passt alles. Dann kaufen wir auch gleich noch einen. Gut, und den Fahrplan können wir eigentlich eins zu eins kopieren, bis auf die Kleinigkeit, dass wir das Depot regeln müssen. Und natürlich schauen, ob sich hier die Begegnung ausgeht oder nicht. Das ist noch die Frage, wo begegnen sich die zwei. Da schaut es nach Problem aus, tatsächlich. Okay, heißt, da müssen wir vorher noch schauen, was da jetzt schiefgegangen ist. Ah, das wird sein, die fünf Minuten früher oder später. Dann werden wir aber vorsichtshalber die zwei entfernen, bevor die da unten Chaos verursachen. Doch nicht ganz so einfach wie gehofft. Oder ich hatte das Problem schon in der letzten Folge und habe es einfach nur vergessen. Kann auch sein. So. Dann Nummer zwei. Bitte nochmal. Und dann machen wir es im Verfolgungsmodus untertags, denke ich, ist alles okay. Trotzdem schauen wir es uns an. Also hier ist mir eigentlich alles gut. Wo könnte es da knapp werden? Ja, wenn der vielleicht fünf Minuten früher fährt, könnte es knapp werden. Hier, wo man über das klappt. Genau, da schaut es immer gut aus. Ich nehme an, in der Früh, die fünf Minuten früher machen da ein Problem. Spulen wir mal entsprechend. Und schauen wir nochmal genau. Vielleicht lässt es sich halbwegs einfach verhindern mit einem Gleiswechsel. Also ich glaube, das ist sich jetzt schon ausgegangen ohne Bremser, hoffe ich. Hier, wenn man überholt, dann, da ist die Frage, wen beobachten wir jetzt überhaupt? Also ich glaube, der 110, der ist uns gerade entgegengekommen. Der 111 ist da unten irgendwo am Weg. Also ich glaube, die Fahrt klappt noch, oder? Mal schauen, wo ist der 110? Der ist gerade da drüben. Da ist alles noch gut. Das schaut alles gut aus. Da ist das Überholmanöver. Das heißt, wenn gibt es jetzt ein Problem. Also hier mal noch nicht. Der 111 ist gerade am Kartenrand. Und der fährt jetzt genau zwei Minuten früher ab. Und vermutlich ist er... Wobei, das schaut eigentlich auch noch ganz okay aus. Jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, woher das Problem gekommen ist. Vielleicht jeden zweiten Tag. Das kann sein, dass hier der 110 oder 111 ein bisschen anders ausgebremst wird vom Güterzug. Und dass es dann Probleme gibt. Das heißt, wir spulen nochmal einen Tag. Und schauen Sie uns an. Das sollte alles passen. Genau, die Begegnung war okay. Dann Das passt auch noch alles. Und jetzt ist eben die Frage. Geht es sich hier aus? Ja. Da ist mal kein Stress. Allerdings Blockieren sich die zwei jetzt. Das ist etwas ärgerlich. Hm. Vielleicht entwürren wir das doch ein bisschen. Damit wir da weniger Ausbremse haben. So gern ich das hier... Und das hat jetzt, glaube ich, nichts zu tun gehabt. Habe ich das Gefühl mit dem... Oder wer weiß. Hat das zu tun gehabt mit dem Zweier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also wenn ist hier die problematische Stelle? Da kommt es ab und zu zu leichten Problemen. Ich schätze mal morgen vielleicht wieder nicht. Aber wir schauen trotzdem mal. Weihnachten ist ja erst am 25. Dann noch ein Tag Zeit. Uh, jetzt schneit es. Ich sehe gar nichts. So, jetzt schauen wir ganz genau. Ob sich hier irgendwas blockiert. Und zwar anhand vom Zweier. Also der bremst jetzt mal definitiv niemanden aus. Nein, sicher nicht. Und auch hier wird er überholt. Und auf der Rückfahrt... Ist er jetzt hier. Bremst auch niemanden aus. Hier auch nicht. Die haben sich jetzt fast verfehlt. Und jetzt kommt eben, glaube ich... Vielleicht einer von den zwei zu spät, Retour. Und dann gibt es Probleme. Da kommt der Güterzug. Na, super. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob es hier einen Ausbremser gab. Zu schnell drüber gespult. Es schaut alles okay aus. Abgesehen vom Schnee. Hm, schwer zu sagen. Ich hätte eigentlich das Gefühl, es passt. Aber offensichtlich haben sie sich blockiert. Ich würde sagen... Machen wir jetzt mal... Den... Den Dreier. Dass ich es rausbekomme. Und soll es da nochmal mehr Probleme geben. Dann kann ich das immer noch umbauen. Habe ich das schon vorab lang kopiert? Weiß nicht. Platzieren wir den mal. Und da müssen wir jetzt eben schauen. Thema... Mögliche Begegnung. Dürfte wohl... Hier irgendwo sein. Hm, da sind wir beide links unterwegs. Ja, das könnte wirklich ein Problem sein. Mal schauen. Ja, das wird knapp. Der hält hier nur eine Minute. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Nein, das geht sich nicht aus. Die blockieren sich hier. Dann ist die Frage... Wisst ihr was? Ich spendiere da jetzt einfach ein eigenes Gleis. Fühlt sich schon fast an wie we cheaten. Ich glaube, so klappt es dann. Und da müssen wir eigentlich nur noch in der Nacht auf einem anderen Gleis abstellen. Beziehungsweise frisch gleich auf einen anderen Gleis wenden. Heißt, hier kopieren wir einfach auf alle Gleise. Auf einem Gleis 2. Stellen wir es dann eine Stunde später. Und dann soll es eigentlich passen, oder? Auch eine Stunde später die letzte Fahrt. Also genau, verkehrt herum. Hier habe ich es ja jetzt richtig gemacht, oder? Zug Nummer 3. Genau. Ja, dann hoffen wir, dass das klappt. Bin hier noch ein bisschen unsicher. Das müssen wir eventuell umbauen. Falls wir da jetzt öfter Probleme haben. Aber sonst, denke ich, ist okay. Und jetzt haben wir Weihnachten. So richtig offiziell. Also Weihnachtsabend. Ich glaube in... So, wie läuft das jetzt mit den Weihnachtsfeiertagen? Bin immer ein bisschen verwirrt. Und ich glaube in den USA und vielleicht da in Japan ist ja so Bescherung irgendwie am 25. in der Früh und 24. in der Nacht fliegt, glaube ich, der Weihnachtsmann durch die Gegend. Ah, da ist er eh. Da ist er. Und beschert den Kindern Geschenke oder Kohle. Hupp. Weiß ich schon, wie das Thumbnail diesmal ausschauen wird. Das ist schon mal fix beschlossen. Mal kurz da. Das schaut doch gut aus. Perfekt. So. Die Arbeit auch erledigt. Okay. Da sah es da. Wohin auch immer. Den kann man glaube ich nicht anklicken, oder? Nein. Finde ich irgendwie nett. Jetzt war ich das Kriegskind, aber trotzdem nett. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Jahresabschluss. Und bevor wir den machen, schauen wir doch mal hier ein bisschen rein. Wie schaut es denn aus? Weil Energie interessiert mich. Der ist gestiegen. Das ist gut. Mittlerweile verbrauchen wir mehr als die Hälfte von unserer Produktion. Und hier werden wir dann nach dem Jahresabschluss reinschauen. Genauso wie hier, wenn alles mal resettet ist. Und jetzt interessieren mich eigentlich eher die Immobilien. Ob wir irgendwelche verkaufen sollten. Und wenn ja, welche. Materiallager. Da müsste man sowieso mal durchschauen, welche man noch braucht. Aber interessant ist, glaube ich, eher gut Kraftwerk nicht unbedingt, weil das hier macht natürlich noch Minus. Das ist klar. Aber sobald es mehr ausgelastet ist, soll es ein Plus machen. Wohngebäude. Schauen wir mal. Ich glaube, ich spule wenigstens bis auf den nächsten Tag, wenn es wieder heller wird. Dann sehen wir ein bisschen was. Auch wenn es vermutlich durchschneit. Ja. Es schneit. Gut. Und das hier, mal schauen. Das ist in einer Gegend, die könnte noch wachsen. Macht allerdings relativ viel Verlust. Das hier selbes könnte noch wachsen. Müssen wir uns aber überlegen. Abgesehen davon, der hier, ich glaube, welcher ist das überhaupt genau? Genau, der da. Ja. Der macht uns nicht viel Verlust. Im Gegensatz zu dem, da verlieren wir relativ viel. Also den würde ich eher verkaufen. Da könnte man auch riskieren, den ein bisschen zu halten. Hier wären wir nicht weit von dem Plus entfernt. Vielleicht wird da noch was draus. Der daneben auch. Und der hier auch. Das heißt, die drei sind hier in dem Gebiet, wo ich hoffe, dass es noch wächst. Der macht nicht allzu viel. Minus. Und der hier, den könnte man eventuell verkaufen. Der kostet uns doch relativ viel. Machen wir einen Verlust, wenn wir den verkaufen, aber ich glaube, das machen wir. Kaufen wir uns lieber was lukrativeres. Okay. Geschäfte. Schaut auch nicht allzu schlecht aus. Da sind wir auch in einem Gebiet, das hoffentlich noch wächst. Ja, und hier auch. Das sind alles relativ neue. Das sind auch kleine. Machen uns nicht viel Verlust. Ist okay. Hotel passt. Bürogebäude passt. Und die Rendite ist zum Teil sehr gering. Ist natürlich in Frage zu stellen mit Umsatzsteuer und so weiter und so fort. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die da reingerechnet ist, aber Vermögenssteuer und so weiter. Kann schon sein, dass das auch ein Verlust bedeutet, aber es ist mal nicht ein deutliches Minus. Die sind alle noch in Gebieten, wo ich hoffe, dass es sich entwickelt. Da haben wir eh nichts. Ja, schaut nicht so schlecht aus. Ist okay. Wir können jetzt natürlich noch ein paar Aktien kaufen. Eventuell ist auch gerade die richtige Zeit. Schaut nicht so aus. Und die da übers Jahr hinweg retten, ist auch immer eine gute Methode, glaube ich, ein paar Steuern zu sparen, wenn es mich nicht ganz täuscht. Aber sonst denke ich, wäre das eigentlich okay. Die Züge. Sollen wir da auch mal ein bisschen durchschauen? Könnte man machen, speziell die Güterzüge. Der eine oder andere fährt da sicher die ganze Zeit voll. Und da sind für mich auch die Lager voll. Also gerade hier, wobei da zum Teil nicht sehr dicht bebaut ist, eventuell würde es sich hier lohnen, einfach noch selber ein paar Immobilien zu bauen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Da würde ich aber vorher fast doch Aktienhandel betreiben, beziehungsweise mal schauen, was würde uns das überhaupt kosten. wo war das noch mal? Firmengebäude farbig darstellen. Da sehen wir mal, was uns gehört. Ja, doch einiges hier. Und wenn wir jetzt sagen, gut, das Ding hier gefällt mir eigentlich, das macht auch mehr als guten Gewinn. Da schaut eigentlich nicht schlecht aus. Ja, der Jahressaldo ist super. Vielleicht wollen wir da noch eins von dem Format. Was würde das bedeuten? Denn das war, mal schauen, nein, eins von denen da, genau so eins, sprich vergleichbar mit dem. Das würde uns kosten, ja, 18, 19 Milliarden, weil das Grundstück sehr, sehr teuer ist. Aber wenn wir da mit ähnlichen Einnahmen rechnen, wie hier, sprich, ja, drei Milliarden Saldo, über drei Milliarden Saldo im Jahr, würde das nicht ewig dauern, bis sich das lohnt. Von dem her, auf jeden Fall überlegenswert. Ich glaube, ähnliches gilt da drüben. Auch super. Hier kann man auch das eine oder andere Bürogebäude bauen. und offensichtlich ist hier eh nur überall sehr dünn besiedelt. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall nachhelfen. Da wäre ich durchaus motiviert, ein paar Milliarden auszugeben. Eben die Frage ist nur, sollen wir noch auf ein paar Aktien warten oder nicht? Würde aber gleichzeitig helfen, natürlich hier, dass der Zug sich wieder ein bisschen mehr lohnt. Wo ist er denn gerade? Weil er ist jetzt, glaube ich, mehr oder weniger immer voll unterwegs. Hier lädt er nicht aus. Und hier hat er eben auch nichts zum Ausladen. Der da ist leer. Was ist mit dem? Bin ich gar nicht sicher, wohin der fährt. Der holt Wahn, oder? Und liefert die dann in der Stadtmitte auch ab. Na gut, ein paar ist er losgeworden. Das heißt, das ist noch okay, dass der auf dem Kartenrand rausfährt und Wahn holt. Wir könnten eventuell den Farben ein bisschen zurücktrimmen und sagen, gut, wenn wir hier Geld sparen wollen, dann fahren wir einfach nicht mehr täglich, sondern wir lassen zwei Tage aus oder drei. Dann soll es ein bisschen was sparen. Und eben der 190 der, glaube ich, der würde sich durchaus freuen, wenn wir da ab und zu ein paar freie Lager noch hätten. Hier, glaube ich, schaut es auch ganz gut aus. Ja, da kommt es noch. Aber da könnte man auch dazu bauen. Ich glaube, das wäre ein guter Start für die nächste Season. Und hier haben wir jetzt wieder die Blockade. Gerade in dem Moment entdeckt. Okay. Gut, bin mir nicht sicher, wer hier jetzt schuld dran ist. Ich würde sagen, da quälen wir uns jetzt nicht mehr lange. Das repariere ich. zwischen den Seasons. Ich glaube, was wir allerdings schon machen könnten, ist die zwei hier weiterfahren lassen und den hier, den platziere ich. Wie rum ist er jetzt gestanden? Gute Frage. So rum. Ich hoffe, das heißt, die zwei Schnellzüge sind gerade nicht im Einsatz, aber nicht so schlimm. Ich möchte mir jetzt da keinen riesen Wurm reinbauen ganz am Schluss. Nachdem der Güterzug jetzt gerade kollidiert ist erst, heißt das, das kann eigentlich nur vor längstens zwei Tagen passiert sein. Ich glaube, der hat noch zum Abladen. Ja, der ist noch fleißig, das ist okay. Hier auf der zweiten Fahrt lädt er auch noch fleißig ab. Gut, der lohnt sich auf jeden Fall. Der hier eben auch, den fahren wir jetzt eher ein bisschen seltener. Sieht man hier schon, er hat sich ein bisschen entleert und der 190 freut sich sicher drüber, wenn wir da ein paar Lager etwas entleeren, indem wir selber was bauen. Gut, dann würde ich sagen, geben wir mal ein wenig Gas. aber eben ja, hier dazu bauen auf jeden Fall eine gute Idee. Das machen wir garantiert. Da ist noch super viel frei. Also hier ist, das bezeichne ich jetzt als frei, wo nur so kleine Wohnungen stehen. Mich interessiert jetzt eben der Jahresabschluss und ich glaube, das hat nicht ganz geklappt hier, das Reparieren. Das sollte aber relativ schnell gehen. Dann sind die zwei wenigstens mal am Weg. Kann sein, dass die vielleicht über den Güterzug blockieren? Nein, die fahren ganz woanders. Der fährt ja da rum. Kann auch sein, dass es so wirklich Timingfrage ist von Millisekunden quasi. Und wenn man jetzt auf super schnell vorspulen, kommt das Timing ein bisschen durcheinander und dann klappt es einfach manchmal nicht. Das kann durchaus sein. Aber was ich auch noch schauen wollte, ist eben, wie es den Zügen an sich geht, neben den Güterzügen. Was haben wir denn hier vielleicht? Ein guter Moment, einfach kurz vor Mitternacht da mal durchzuschauen. Da schaut es sehr gut aus. Die haben gut verdient. Die auch. Die, glaube ich, sind alle relativ stark ausgelastet. Hier sehe ich auch überall ein Plus, zum Teil nur ein bisschen, aber immerhin. Da schaut es auch super aus. Super, super, sehr gut. Knapp, aber doch. Auch gut. Auch gut, auch gut, auch gut. Ja, eigentlich nur jetzt die zwei Neuen, aber das ist klar, hier ist noch nicht viel los. Und der 110 und 111, den haben wir ja für den Moment verbannt. Die machen auch noch keinen Gewinn oder würden keinen Gewinn machen. Ja, sonst läuft alles sehr gut. Eben, ich glaube, hier müssen wir zum Teil einfach selber noch ein bisschen nachhelfen, Gebäude bauen. Speziell eben hier. Da ist definitiv nicht fertig entwickelt, aber die KI scheint sich da ein bisschen zu sträuben, wirklich große Dinge zu bauen. Vielleicht fehlen auch die Ressourcen so ein bisschen, vielleicht sind sie ungünstig verteilt. Aber das werden wir dann schon noch rausfinden. So, frohes neues Jahr. 2011. Was war da gerade mit schwarzen Zahlen? Habe ich das richtig gelesen? Schaut zwar auch ein bisschen rot aus, aber okay. Und interessant ist jetzt eigentlich diese Zahl hier. Entwicklung im aktuellen Jahr. Verdienen wir da was oder nicht? Das mal interessant zu wissen. Und was auch interessant zu wissen ist, ist das hier. Wir müssen ja gut 24 Milliarden an Steuern zahlen. Und zwar jetzt unabhängig von Moment, das ist die Umsatzsteuer. Die Körperschaftssteuerschuld, die kommt ja erst. Je nach Jahresumsatz. Wisst ihr was? Ich spule mal vor noch einen halben Monat und dann schauen wir uns die Zahlen ein bisschen genauer an. Okay, ein halber Monat ist vorbei. Das ist, glaube ich, halbwegs guter Zeitpunkt, um mal zu schauen. Halbwegs repräsentativ für den ganzen Jahr oder repräsentativ genug. Dann schauen wir uns die Zahlen mal ein bisschen an. Die Entwicklung im aktuellen Jahr, die bezieht sich ja auch auf die Konjunktur. Das habe ich ganz vergessen. Das heißt, das ändert ja den Wert an vor allem unseren Tochtergesellschaften. Also sprich, hier, wenn die Konjunktur unten ist oder oben ist, je nachdem oder steigt oder sinkt, ändert sich auch der Wert der Tochtergesellschaften. Somit ändert sich dieser Wert, somit ändert sich die Entwicklung im aktuellen Jahr. Interessant ist aber meiner Meinung nach einfach das Gesamtergebnis. Da haben wir jetzt zweieinhalb Milliarden in etwa ein Plus gemacht in einem halben Monat. Das heißt, pro Monat ungefähr fünf Milliarden und in einem Jahr somit ungefähr 60 Milliarden. Und von dem müssen wir die Steuern zahlen. Und bei aktueller Entwicklung müssen wir im Monat auch jetzt aufgerundet zweieinhalb Milliarden Steuern zahlen für unseren Umsatz und somit im Jahr 30 Milliarden. Also die Hälfte von unseren Einnahmen, besser gesagt vom Gesamtergebnis nicht von den Einnahmen, sondern von dem, was uns übrig bleibt, geht für die Umsatzsteuer drauf. Das heißt, uns bleiben noch mal 30 Milliarden übrig und von dem müssen wir dann die Vermögensteuer zahlen. wir machen 9 Milliarden Profit und von dem wiederum zahlen wir dann 10 Prozent an der Körperschaftssteuerschuld pro Jahr. Ich hoffe, ich habe die Rechnung richtig. Das heißt, im Moment verdienen wir 8 Milliarden im Jahr. Nicht viel, aber wir machen Plus und wir haben auch einige Immobilien, die im Wert noch steigen werden. Wir haben vor allem, darf man nicht vergessen, ein Kraftwerk, was uns im Moment sehr viel kostet, aber im Lauf der Zeit uns mehr bringen wird. Da reden wir ja auch wirklich von Milliarden. Das war eine große Investition. Wir können noch mal kurz schauen beim Immobilienverkauf. Sollte man es relativ schnell finden. Hier, genau. Das ist jetzt eh schon ein bisschen gestiegen, nur bei minus 10 Prozent und eben das hat durchaus Potenzial, dass wir hier wesentlich weniger Verlust damit machen. Also da reden wir mitunter vielleicht auch von, ja jetzt nicht unbedingt Milliarden, die wir da verdienen, wobei, ich sage mal, in einem halben Monat haben wir hier jetzt gute 100 Millionen verloren. Das heißt, ja 200 Millionen im Monat, also da geht es dann schon langsam Richtung Milliarden Verluste, die man dann eher sogar in einen Gewinn drehen würden pro Jahr. Also, ja, würde doch das Ergebnis wesentlich steigern und die Rentabilität der Windkraftwerke sollte glaube ich auch steigen dann mit höherem Energieverbrauch. Das heißt, wir sind eigentlich gut unterwegs. Ich behaupte mal, wenn ich mich jetzt nirgends verrechnet habe, falls wir das Ganze laufen lassen würden, würde man einfach laufend Geld machen. Natürlich darf man nicht vergessen, der Wert der Tochtergesellschaften steigt, das heißt, mitunter müsste man dann auch natürlich mehr Steuern zahlen fürs Vermögen, aber das sollte sich ausgleichen durch die gesteigerten Einnahmen. Und da kann man hier vielleicht auch nochmal reinschauen, da sehen wir es glaube ich am schönsten, die Tochtergesellschaften sind ja in den roten Zahlen gewesen, aber leicht gestiegen, jetzt sind wir wieder quasi bei Null und auch wenn es jetzt hier so schwer zu sehen ist, es sollte eben schwarze Zahlen schreiben und auch steigen, weil wir auch nichts ausgegeben haben jetzt für die Tochtergesellschaften nichts gekauft. Das Einzige, was vermutlich weiterhin Minus macht, na nicht mal, dachte die Materiallager machen Minus, sogar da haben wir ganz wenig verdient dieses Jahr, eigentlich nur Lkw-Betrieb und minimal der Busbetrieb, der uns Geld kostet. Alles andere macht eigentlich ein Plus, wo ich jetzt gerade sehr positiv überrascht bin. Okay, heißt, ich denke, das ist ein guter Weg, wir werden, wenn wir wieder anfangen spielen, definitiv ein bisschen hier an Immobilien kaufen oder bauen und da müssen wir natürlich noch alles Mögliche hier erweitern und besiedeln, aber da lassen wir uns jetzt mal ein bisschen Zeit, aber ich denke, es wird sich durchaus lohnen, an dem Spielstand dann weiterzuspielen und nicht was Neues zu starten, es sei denn, es gibt irgendwelche genialen neuen Updates oder vielleicht mal ein A-Train 10, das wäre natürlich auch eine tolle Sache, aber da habe ich im Moment noch nicht allzu viel Hoffnung. Gut, dann wünsche ich alles Liebe als Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschapf, ihr Denk und Baba tsch tsch